Hallo lieber David, so können in Zukunft auch deine Wochen ausschauen. Nicht lümmelnd auf dem Sofa, sondern aktiv in deiner Freizeit. Ich habe gehört, du hast ein bisschen Probleme, die zum Sport zu motivieren und grundsätzlich kann ich dir da mal sagen, das Wichtigste ist, dass du dir klar wirst, warum du eigentlich Sport machen möchtest. Wenn du das weißt, dann bist du schon einen ganz großen Schritt weiter. Und wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Die ersten Wochen werden also eher hart sein und es wird dir schwer fallen, deinen Schweinehund zu überwinden. Das ist wichtig, dass du das schaffst, dass du da wirklich Gas gibst, dir Ziele setzt, zwei-, dreimal die Woche einfach raus gehst, rein deine Turnschuhe, raus zum Joggen, ins Fitnessstudio. Ganz egal, mach das, was dir Spaß macht, such dir das aus. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also, lass es uns angehen, let's go. Ich druck dir die Daumen.